so hallo und herzlich willkommen zurück zu gta online mit dem herr dreamtags hallo ich habe eine granate und wir warten immer noch auf unseren freund da oben dass der rauskommt sollte ich meine granate an den kopf werfen nein ich sollte sie wegwerfen der kommt nicht warum kommt denn nicht er selber reise kopfgörner kuchen kann granate unter den auto legen nein das kannst du nicht doch wenn jetzt loslassen und junge ab ins fenster nein ja haftpumpen wichtig alter oder mit zwei mit kopfgeld gut in der garage den warten wir jetzt wer vorne pachtpumpen hin bringt nichts da war nur 1.000 es bringt aber hier könnte ich ein paar pappen werden auf weil ich werde mal kurz ist sind die nicht nur wissen ob sie an der haftet ja die zündest du so oder so irgendwann er guckte hat er nicht an dir er soll ich die zündlinge direkt neben dem auto er könnte mehr aufnehmen gar nicht die musste zünden sind er kommt die polizei kommt raus der kommt raus verfolgen ja klar weil ich bin aufgrund werden weil er hat sich ausgelockt oder ein schnelles auto oder ein schnelles auto kriegen wir nicht den kriegen er muss nur ein fahrfehler machen ja und wir auch nein jeep zeit gekostet wo fährt er der verhindert aus oh nein ich bin in die mauer gefahren kommt da vorne raus ich glaube mit dem mercedes sind wir schlecht dran aber egal wir verlieren ja nicht es sei denn er lobt sich aus ja aber wenn du wieder in die lobby reinkommt hast du wieder kopfgeld ja und aber er sei erst mal andersrum der fertig im viereck ok oder auch nicht fahr weiter ich fahr trotzdem andersrum ja ich bin 29 ja wo ist der andere der ist schon weg ne der ist immer noch auf der map ja aber der ist vor allem das der der kopfgeld jagd das ist eine sehr große die 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 hier zur Höhe und Kletchen gehen die Sinkerzettel Prozent es ist nicht mit dem Blatt zu gehen dann kommt irgendwann ein Schenker das K Prozent steht darum beschießen die Hörer der Zähler ja geil ich hab mich festgefahren Ach, der ist da oben, oder? Der müsste auf dem Dach sein. Schlau. Nö, da fahr ich auch hoch. Ich fahr einfach wie ein Held. Oh, der hat einen Helikopter. Oh, scheiße. Nö, ich kann immer nur abknallen. Jetzt will er mich abknallen. Mit seinen hässlichen... Äh, wie heißt der Typ? Der fahrs irgendwas. Okay, gut. Weil den, den wir vorhin gejagt hatten, der ist Level 293. Der ist Level 7. Nö, der fällt jetzt mit dem Helikopter weg. Egal, ich fliege mir hinterher. Nein, so altruh. Nö, warte, ich kann nicht mehr. Hä, wie kommt man, wie ist der, der hochkommt? Keine Ahnung. Soll ich noch ein schnelleres Auto? Ich fahr ihm hinterher, ich will seinen Kopf gehen. Ah, der kommt wieder zurück. Ah, ja, 7000. Der wirkser kommt wieder zurück. Irgendwann will ich abknallen. Warte, geht's auch hoch. Irgendwie muss doch an sein, links zu kommen sein. Hä, der ist bei mir? Ja, der hat ein Helikopter, wie gesagt. Ach nee, das ist ein anderer. Nee, dieser Domin-Dingen-Star. Ja, das ist er nicht. Das ist Fantasiona. Cargobob. Geiles Auto. Toll, der hat einen Kampf, der hat nicht einen Cargobob. Also einen Kampfhelik. Der hat ein Hammer-Auto, Alter. Tu den Typen mal nicht erschießen. Warum? Der ist chillig drauf, Alter. Ich hab eh keine Waffen. Da kommt der mit dem Hubschrauber an mir vorbei, gerade. Toll, mit dem Cargobob habe ich ja gar nicht geschaut. Wow. Alter, der, der dich, den du gejagt hast. Jetzt jagt der mich mit seinem Hubschrauber. Das hat er bei mir auch schon die ganze Zeit gemacht. Echter, scheiße. Komm, der zur Unterstützung. Er müsste irgendwo unter mir sein. Komm, folg mir mal. Der Typ da, nicht töten. Das ist der jetzt chillig. Welche? Dem ich gerade folge, mit dem Roten. Der ist dick drauf, Alter. Der Baum fährt dann vor dir weg. Aber da gibt's ein grünes Fahrzeug. Aua. Der hat mich abgeknallt. Wo ist der? Mixer. Mach scheiße, Gangangriff. Toll. Hä, der hat kein Kopfgeld mehr. Doch. Du darfst nicht im Gangangriff sein. Ach, egal. War die Junge sein, Kopfgeld. Nein. Ah. Ich kann gar nicht abknallen. Nettes Auto. Naja. Egal. Kopfgeld ist Kopfgeld. Da kennt man keinen Knallen. Der andere kommt auf, jetzt machen wir zu viertes. Jetzt sind wir auch wieder richtig schön nah an den dran. Also ich mach das nicht. Das wäre Assi. Mega, ich brauche Gang. Nee, mach ich nicht. Das wäre richtig Assi. Der hat mich mit mir Hildiab geknallt. Ja gut, bei dem, ja, ist es okay, aber... Komm noch her. Okay, vielleicht hat er auch getan, weil ich ihn gejagt habe. Aber so ist halt bei Publix aber nur Kopfgeld. Ja, ich wurde auch genug dann getötet. Wer schießt denn? Ich. Ich steck fest. Hä, sind die nicht hier oben? Aua. Doch, der war einer. Also für den Gang ist das ein richtig ranziges Versteck. Aua, ich spore nur und werde gleich hier abgeknallt. Darf man sich auch erstmal erholen? Ich sehe keinen. Ach, stirb doch, du. Danke. Ach, das bist du. Oh. Toll, war für leer. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ah! Miss. Knallt mich einer ab. Hey, wo ihr nicht denn gespawnt? Und ich war fein, einfach nur. hey wer hat mein auto ach keine ahnung irgendwie weggefallen wurde er schon auch und so ein kuchen nämlich halt das auto von dem anderen typen vor allem weg man kann sich hier ja nicht gegenseitig abschließen weil ich kann einfach mal zum auto wegfahren arm an das gibt es doch nicht von wo schießen die ich sehe die nicht plötzlich bist du tot ein geiles auto fährt sich gut ist auch bei legendären motorsports glaube ich das teuerste dort fährt gut fährt auch über fährt auch gut was er nicht tot ich raus nicht sind der typ ist gestorben sind die da was ein arschloch alter der schießt mich von der leite ich bin gerade oben angekommen nein 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 ich wurde aus dem fahrzeug geworfen aus dem persönlichen dort in der karte ausgestiegen egal ich kann ein bisschen fahren soll ich bin wir laufen kann man hier hoch wir wollen kommen vier leute ich hab ein da waren es nur noch drei aber aua 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 die sehen mich und treffen der ist unter mir beide unter mir oder ich glaube irgendwo in diesem verkackten gebäude ab ab ein und kommt jetzt und schaffe ich auch noch hier oben ist eine kiste schnappst du hier so eine grüne 500 kann man eine leite zu töten ich will da nicht mehr hochlaufen noch eine oder auch nicht gestanden kills gesamt sechs kopflüsse drei 600 rp toll so ich hätte gern mein auto wieder schnapp 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 ich hab doch Fallschirm gezogen erknallt er dich ab oder wie nö noch am Boden gefallen er musste hin hier der Kopfgeldtyp achter also scheiße war nervig das war der andere mit dem Hubschrauber gell ja ja wo ist denn der hin oh guck mal da ist er ja Alter ich will jetzt in den Kopf gehen der eine steht bei mir im Auto das macht mir Angst ach ne den will ich gar nicht töten servus ich möchte den anderen töten ist er da oben oder ne ja man jawoll äh der andere ist auch tot ja das der mit dem Hubschrauber ja der hat den erschossen was ein Drecksack alter der hat sich die tausend gekreilt hey hier liegt ein Cargo Bob hier liegt ein Cargo Bob ja ich glaub der ist von mir hä was so eingezahlt jetzt kann er dir nicht mehr nehmen das Geld jetzt kann ich doch abschließen wie ich will 7000 bei uns immer so wer ist da drüben kenn ich nicht ah er der Dumi ist das jetzt fährt er weg wenn ich an gerannt komme jetzt will ich ihn ja nicht mehr töten Garage oder wohin entscheide du was wir machen folgen ende können wir machen man wissen nicht gereicht die folge so gehen wieder alle getrennte wege und wir sehen uns in der nächsten folge von gt online tschüss